hallo und willkommen bei dem nicht reichsten spiele auf horseblocks trotzdem auch wenn ich nicht geld zum verschwenden habe möchte ich ein bisschen was verschenken wir sind ja immer wieder im end da bleibt einiges herum liegen habe ich mir gedacht kommen machen wir das doch einfach in einem schönen video ich bastel mir mal hier ein bisschen was zusammen so set mäßig und dann gehen wir einfach die tabliste durch schauen ob sie eure spieler herum hat die ich gerade antreffe und den ich das zeug dann gratis hin schmeißen kann daran habe ich sicher gedacht in die zwei sets komplett mit eisen verzaubert und einmal oder zwei komplette via rüstungen mit hacken und so ein mit einfachen verzauberungen drauf ich stelle mal was kurz zusammen dann sehen wir uns gleich wieder okay so weiter geht's ich habe ein bisschen was zusammengestellt hier sieht man dass ein reparaturteil ist glaube ich noch reingerutscht da ist nicht so schlimm ansonsten habe ich gemerkt wie viele fluch des verschwindens und fluch der bindung teile ich mittlerweile aus dem end habe recht heftig das will ich ja natürlich jetzt nicht direkt den neulingen hinschmeißen beziehungsweise sicher mal nicht fluchter bindung das wäre mega fließt ja wir können mal darauf schon ein bisschen wasserläufer 1 leifer habe ich hier drauf normal schutz mit wasserläufer da hat es noch reparatur drauf normal schutz schutz hier hat es überall fast atmung drauf hier haben wir glück und behutsamkeit die hat er nichts dafür die wieder behutsamkeit dafür ist ein dia hacken behutsamkeit schaufel glücksschaufel und schwer für mich plünderung und allem ich denke für den anfang doch sehr sehr nice ja dann suche ich mir doch einfach mal ein paar opfer nicht dann beschmeißen kann mit dem schönen staff mit dem schönen gratis darf oder schauen wir mal was passiert wir gucken doch mal in die tab liste jetzt hier ich mache das gleich auf mal zwei mal ist es meine heimat wie wir mal zum 20 daniel gh 20 daniel das sieht schon nicht mehr so ganz ganz neu aus können wir mal also im heftig ist ja hier noch nicht kann man auch mal was können wussten der hallo ist so was schönes komme ich schenke dir was gibt die mal diese ausrüstung hier dann viel spaß damit ok ok gehen wir doch weiter danke danke ist gekommen nice der nächste kommen wir gehen krafta crazy den habe ich letztes mal schon beschenken elias frau ph elias v 2008 ja das sieht doch auch nicht extrem neu sieht auch nicht extrem neu aus was hatten der sonne in sie so geht das elias paar schneewelle ja komm komm den können wir auch gönnen dem gönne ich jetzt die ja die die ja die die ja sachen hier dass das dass das das und das der hat gar keinen platz im inventar auch nie machen wir also wünschen wir was mit dem staff der ist überfordert er hat gar keinen platz in seinem inventar oder hinten ist war die andere kann das sein ja die wohnen direkt nebeneinander lustig da sieht sie das gebäude da hinten ich habe mir vorhin beschenkt nicht klauen dann hier hallo nicht klauen will ich wieder zurückgeben ich würde das wieder zurückgehen nein sie hat schon sich zum teil ausgerüstet sehr cool dann gehen wir doch einfach die nächsten krafta crazy so jetzt aber ja gut er hat schon einiges er hat schon einiges gefahren der ist auch nicht zu neu ja genau spenden spenden okay wir suchen uns einen anderen dafür gehen wir doch einfach mal auf er ist der hat ein stock kph stock k der stock k oder ist schon fuldia nee der braucht das nicht der braucht das wahrscheinlich nicht fuldia braucht doch das nicht jo wir machen das so ich gehe noch ein bisschen auf die suche nach dem nächsten und dann sehen wir uns wieder so ich habe wieder jemanden gefunden die lappen der echte der sieht richtig richtig neu aus habe mir irgendwie schon koppel und wieso habe ich denn die erschwert ja ja droppen wir doch mal das mit dem glück hier das ganze gut gebrauchen einfach einmal ausrüsten sollte wirklich sehr sehr neu sein hier ich wünsche dir viel spaß damit cool ja der ist echt extrem neu den habe ich direkt im chat gesehen wie er geschrieben hat und ja warum nicht jetzt hat er die erste ausrüstung um richtig farmen zu gehen ja jetzt noch haben wir noch eine ausrüstung die ich gerne teilen würde ich habe ihnen die erschwert bekommen brauche ich ja nicht will verschenken ich will nichts geschenkt bekommen ich suche mal den nächsten oder den letzten wo ich dann die die letzte tierrüstung abgeben kann also bis nachher ja nice ich habe hier noch jemanden gefunden ich weiß gar nicht ob er zu hause ist habe kurz sein inventar angeschaut da hat er einfach nur eine diapik hier drin gehabt ohne irgendwas ist er überhaupt hier jeder ist nicht hier kommen wir nach hause junge ich will dir was geben ach das wäre jetzt ein guter kandidat gewesen er baut hier mega gemütlich schön aber bis doch glaube ich noch sehr am anfang das wäre jetzt super gewesen kleinatmühleimer perfekt möchte mal schreiben es geht mensch kommt auch vorbei dann kann ich dir was schenken schreibt ihm jetzt mal dass es werden guter kandidat gewesen mal schauen ob er mir antwortet ok schade wenn das nicht jetzt hat er mir hat nicht geschrieben jetzt gehen wir mal zu spät tp h schauen wir die noch an ja du siehst auch ganz neu aus aber wo seid ihr denn immer da hinten springt jemand rum hallo da ist die experte das ist ja hallo hallo ich will dir was geben hier ich will spaß damit juhu ich bin wieder viel spaß mitschein nimmt ihr hose aber auch noch auf nicht dass die noch weg ist danach cool perfekt dann kann ich jetzt nach hause gehen haben wir vier neue spieler beschenkt ist doch schwieriger als gedacht die sind die nicht immer zu hause und ich habe mich ja selten zu denen direkt dp aber ich habe es geschafft habe mein lager wieder ein bisschen leer gekriegt und ihr spieler hoffentlich glücklich gemacht danke dass ihr dabei wart und bis zum nächsten mal tschüss Ciao, ciao.